Prima, wir kommen zum dritten Teil der Reise, der musikalischen Reise, afrikanische, westafrikanische Musik, Blues. Jetzt sind wir bei der Fusionsmusik, das ist ja so was, was wir heutzutage, es gibt ja kaum noch irgendwie eine reine, pure Musik. Und jetzt hören wir eine ganz wilde oder beziehungsweise eine sehr angenehme Mischung aus Jazz, Funk, Soul, Blues, und Lounge. Ich musste lernen, was Lounge ist, das wusste ich noch nicht, aber dabei chillt man. Ich hoffe, ihr könnt auch gut chillen und gut grooven. Wir hören jetzt Prinz Alec und seine Band aus Hamburg. Kennengelernt habe ich sie noch gar nicht, ich freue mich aber, dass sie hier sind. Aber ich kenne den Manager, mit dem habe ich letztes Jahr eben, Stefan Bürger, wir haben zusammen im Flugzeug gesessen nach Dublin. Und dann habe ich ihn angerufen, hast du nicht noch eine gute Band, die sozusagen so richtig so schön den Groove macht, so zwischen 10 und 12 Uhr in der Neustadt bei einem annähernd 25 Grad. Und dann hat er gesagt, ja klar, Prinz Alec. Gut, und jetzt sind sie hier und wir freuen uns und ab geht's mit Prinz Alec und der Band. Here we go. Hier geht's mit Prinz Alec. 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 Musik 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 Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei der Gegenleitung an der Gitarre im Messe von David Bader Dankeschön Dankeschön Musik 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 Vielen Dank! So, das Song gibt mir den Groove. 2002 entstanden, nach einem sehr geilen Surftag in St. Peter-Ording. Ich bin ein richtiges Küstenkind, ich komme aus St. Peter-Ording. Kennen das einige? Ah, das ist doch schön, wunderbar.